Was ist die Kirche am Ort? Was ist die Kirche am Ort? Das ist genau die Phase der aktuellen Kirchengemeinderäte, dass wir in dem Prozess gesagt haben, wir geben dem geistlich-pastoral-theologischen Entwicklung den Vorzug. Und angelegt war es so zu sagen, erst müssen sich die unterschiedlichen kirchlichen Orte damit beschäftigen, wer sie sind und was sie wollen und mit wem sie unterwegs sind. Also sich vernetzen, sich als eine Kirche an vielen Orten zu begreifen und so weiter. Also diesen geistlich-theologischen Schwerpunkt zu setzen und dann kommen die strukturellen Fragen. Und tatsächlich ist es so, dass wir uns in der Diözese strukturell nicht groß verändern wollen. Aber wir haben natürlich schon ein paar Baustellen, die wir jetzt auch angeben müssen. Und eine davon ist natürlich die Baustelle Leitung. Wenn wir 2025 vielleicht 50 Seelsorgeeinheiten haben, die zwar noch einen Priester, aber keinen leitenden Pfarrer mehr haben, dann müssen wir das angehen. Aber unser Problem ist, dass wir nicht den Prozess so machen, dass am 12. Oktober wirklich fertig ist, sondern das Thema Leitung, das schieben wir ein bisschen auf die lange Bank. Und von daher können wir von ihrer strengen Datumsetzung dann etwas lernen. Aber wie gesagt, wir sind eigentlich an der Kirchenentwicklung mit dem Fokus geistlich-pastoral-theologische Entwicklung und haben ihn so auch aufgesetzt, begleiten ihn auch so. Und müssen tatsächlich im Moment sagen, bei aller wichtigen Seite, dass die andere Hälfte genauso wichtig ist, ist, dass unser Kern der geistlichen Haltungen, dass wir gesagt haben, da müssen wir uns sowohl individuell wie organisational weiterentwickeln, dass wir darauf eher im Zuge des Prozesses immer mehr zurückkommen und sagen, die Frage, mit welchen Haltungen und Einstellungen wir als Kirche in der Welt sind, den Menschen begegnen, auch sozusagen Gott bei den Menschen finden wollen und nicht wir die sind, die ein fertiges Paket bringen. Solche Dinge treten tatsächlich in die Mitte und da haben wir das Gefühl, da stimmt es. Aber wie gesagt, die Strukturdinge, die haben wir ein bisschen vernachlässigt, die müssen wir auch angehen. Dann nehme ich jetzt einfach die Antworten alle drei schon mit. Sie gestalten Strukturveränderung geistlich vorrangig und dann die Struktur folgt den geistlichen Anliegen der Kirchengemeinde. Sie sagen, Sie können von uns lernen, zackig vorwärts zu gehen im Projektmanagement, wenn ich das so verstanden habe. und Sie sagen uns aber, wir sollen nicht Verwaltung als einen separaten Prozess verstehen und Verwaltung auf der einen Seite, geistliche Kirchenentwicklung auf der anderen Seite. Ist das so richtig zusammengefasst? Könnte man so sagen, ja. Also ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen zwei Prozesse. Wir haben einen in der ganzen Diözese und wir haben einen in Stuttgart gemacht. Die Stuttgarter waren etwas schneller. Die Stuttgarter haben gesagt, wir machen Strukturveränderungen, wir bilden Gesamtkirchengemeinden. Die hätten am liebsten fusioniert, das durften sie nicht. Dann haben sie aus ihren vielen Seelsorgeeinheiten Gesamtkirchengemeinden gebildet und auch nochmal Verwaltungspersonen bekommen, die die einzelnen Gesamtkirchengemeinden betreuen. Das kann man auch machen. Also man kann auch die Strukturfragen als erstes klären. Ich habe Sie ja so verstanden, dass Sie sagen, wir entlasten die Pfarrer und dann haben Sie Zeit, die Pastoral zu treiben. Aber diese Frage, wozu gibt es uns und wieso braucht man in dieser Gesellschaft noch von Gott reden und solche Dinge, also um die kommen wir ja nicht drum herum. Machen wir sie vorher oder machen wir sie nachher. Wir sind vielleicht auch, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Angst. Auf der anderen Seite nehme ich so wahr, Strukturveränderung, das ist auch was Handfestes. Von daher liegt es vielleicht nahe. Die anderen Fragen sind eigentlich, finde ich, die größeren und auch die schwierigeren. Mit Strukturfragen kann man sich auch ein bisschen beschäftigen, um das andere zu begehen. Umgehen muss aber nicht sein. Wir beschäftigen uns zum Beispiel in allen Diözesen mit Studien. Die Studien brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, beziehungsweise es ist ein bisschen Nebenbeschäftigung vor den zentralen Fragen. Aus meiner Sicht als Projektleiter kann ich einfach nur sagen, ich glaube, dass wir in Zukunft die Kooperation, Zusammenarbeit brauchen und es ist auch unglaublich entlastend, über den Tellerrand zu schauen und wahrzunehmen, jeder macht es irgendwie anders und es gibt nicht den einen richtigen goldenen Weg und wenn wir genau den nicht treffen, liegen wir daneben, sondern wir sind alle miteinander am Suchen. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich habe Ihnen ein kleines Mitgepsel. Es ist schön, dass wir ökumenisch denken und überlegen können auf Landeskirchen, Diözesenebene, regional vor Ort und als Sinnbild für unsere zwei Kirchen. Schön bunt sind Sie. Gut, das sind jetzt gerade Schnecken. Da habe ich Ihnen hier zwei Schnecken miteinander und einen Gruß. Danke, dass Sie heute mit dabei waren. Sie haben ja freiwillig was mitgebracht. Sie haben zu mir gesagt, ich soll Ihnen was mitbringen. Habe ich gemacht. Es ist nämlich unser Prozessgebet und Sie meinten, ja genau in diesem Sinne, wir speisen jetzt was geistlich-theologisches ein von Ihnen. Habe ich jetzt auch was fürs Herz bekommen, aber eben viel Information zu Strukturen, das wollten wir Ihnen einfach, ja bringe ich Ihnen mit als ein kleines Mitbringsel von uns und Sie merken, das sind viele, von daher bekommen alle was davon. Dankeschön.